Yo, yo, yo Leute, was geht ab? Euer Danny hier wieder am Schaden. Heute kommt mal wieder ein Video zum wunderschönen Aprilia SR50. Und zwar habe ich den ja letztes Wochenende gekauft. Bin im letzten Video, wo ich den Roller vorgestellt habe, nur auf dem Parkplatz mal eine kleine Runde gefahren. Ja, in der Woche hatte ich leider keine Zeit, weil ich so viel arbeiten musste. Aber ich habe es trotzdem geschafft, ein Kennzeichen zu holen. Habe ich hinten schon dran geschraubt und da habe ich mir gedacht, heute ist Top-Wetter. Da werden wir auf jeden Fall mal eine etwas größere Runde drehen und einfach mal gucken, wie der Roller so allgemein läuft. Also würde ich sagen, fahren wir einfach mal los. Ja, ich habe hier zwei Aprilia Roller. Einmal diesen Aprilia Roller und den anderen Aprilia Roller, der steht auch drin. Das wird wahrscheinlich so ein Doppelprojekt werden. Den Aprilia Roller will ich richtig auf Leistung aufbauen und den anderen Aprilia Roller mit dem Piaggio Motor, den will ich ja auch aufbauen, neu optisch. Aber den will ich original lassen von der Leistung her. Weil der Roller soll einfach mein Just-for-Fun-Roller sein, womit ich jeden Tag einfach rumfahren kann, zur Arbeit fahren kann, weil ich möchte gern wieder mit einem Roller zur Arbeit fahren. Ihr wisst es ja, ich habe mir das neue Auto gekauft und ich fahre ja nur fünf Minuten bis zur Arbeit hin. Und da ist mir das Auto einfach zu schade, wegen den Kurzstrecken. Das ist halt immer schlecht für den Motor und allgemein schlecht für das Auto. Also deswegen will ich wieder mit einem Roller zur Arbeit fahren und deswegen, ja, brauchte ich einen zweiten Aprilia Roller. Wie gesagt, das Projekt geht jetzt demnächst los. Da werden wir den komplett zerlegen und komplett neu aufbauen. Also wir werden den Motor alles machen, 70 Kubik oder vielleicht noch mehr, mal schauen. Und den anderen Roller machen wir dann auch. Wir machen dann so ein Double-Projekt. Ich hoffe, ihr habt da richtig Bock drauf. Und es ist kein Muss, das sage ich von vornherein, bevor wir da irgendwie schreiben, oh, bla, 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 bla. Sondern wenn ihr die Projekte mit unterstützen wollt einfach, ich denke, ihr habt bei den letzten beiden Projekten gesehen, besonders beim letzten Speedfight-Projekt, wie viel Geld für so ein Projekt eigentlich drauf geht. Wer das Projekt einfach so mit unterstützen will, kann das gerne tun. Link haue ich unten rein. Würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn es ein paar gibt, die das Projekt mit unterstützen. Weil, wie gesagt, wenn wir hier dick Motor alles machen, dann wird es noch mal um einiges teurer als beim Speedfight, den ich einfach original umgebaut habe. Es ist auch wieder in Planung. Sobald die Husqvarna weg ist, will ich eigentlich noch einen dritten Roller holen. Und dann will ich auch mal wieder so ein Community-Projekt machen, weil das kam ganz gut an. Da werden wir auch wieder einen Roller holen. Und dann werden wir wieder so einen reinen Community-Roller machen, den ich aufbaue und am Ende wieder verlose. Also, das werde ich auf jeden Fall auch wieder machen. Sehr geil. Ich bin gespannt. Würde ich mal sagen, let's go. Ich hoffe mal, dass ich nicht stehen bleibe hier irgendwo. Das wäre fatal. Ja, hier auf der Roller werden so richtige Jugenderinnerungen wie da wach. Weil, ja, das war so gesehen mein allererster Roller, den ich hatte mit 15. Ich hatte den bloß in Gelb. Und ich habe es ja immer wieder gesagt, irgendwann hole ich mir so einen Roller wieder. Jetzt habe ich es gemacht. Ja, das war schon immer ein Traum von mir, genau diesen Roller richtig schön zu machen und ordentlich auf Leistung zu pimpeln. Ja, jetzt haben wir hier die Möglichkeit. Ich bin halt absoluter Fan von Minya Rally Motoren, weil, ja, gibt es sehr viele Teile für und im Allgemeinen ist es ein sehr, sehr, sehr geiler Motor, der sehr robust ist, sehr leistungsstark ist. Was mir direkt auffällt gerade ist, dass der Lenker schief ist irgendwie, oder? Täuscht das? Ich bin am Anfang jetzt einen leichten, leichten Touch nach links. Ja. Ich weiß halt nicht, oder ich kenne halt nicht die Vorgeschichte von diesem Roller, ne? Da bin ich halt komplett auf Null einfach. Ich habe einfach, ich weiß einfach nichts über diesen Roller. Ja, was ich gerade merke, ist auf jeden Fall, dass der Roller läuft wie ein Sack Nüsse. Also der Tacho, die KMH-Anzeige, funktioniert schon mal. Ob der Kilometerzähler funktioniert? Ja, der funktioniert auch noch, weil er gerade auf drei Kilometer geht, also hier hinten auf drei. Tankanzeige geht auch. Ich habe, der Roller war komplett leer, deswegen ist er vorhin nicht angesprungen. Ich habe fünf Liter ungefähr draufgekippt. Passt, wenn ich mich richtig erinnere, hat ein Apriler Roller, glaube ich, einen neun Liter Tank. Also passt das ungefähr halb voll und Temperaturenzeige, werden wir sehen, ob die gleich funktioniert oder ob sie nicht funktioniert. Boah, irgendwas stimmt mit diesen Roller aber überhaupt gar nicht. Ja, der qualmt aber auch wie Hule, das Ding. Ja, also da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass der Lenker links drei hat. Schreibt das mal in die Kommentare, guckt euch das mal an. Der hat auf jeden Fall einen leichten links drei. Ja, definitiv. Hundertprozentig. Der müsste so ein, zwei Zentimeter auf jeden Fall nach rechts. Also was man direkt auch merkt, der hat einfach überhaupt gar keine Leistung. Ja, der Standgast läuft, der qualmt auch ziemlich doll. Riecht das gut. So, ja, Zündkerze muss ich mir da mal angucken. Ja, aber der, hört ja das, der rattert richtig, der Motor, also der Motor läuft auf jeden Fall nicht rund. Und, die Beschleunigung ist auch komplett für den Eimer einfach, da passiert ja gar nichts. Ich bin jetzt mal gespannt, wir machen jetzt wieder den Test, wir fahren jetzt gleich berghoch. Aber ich glaube, also meine Vermutung ist einfach, das wird er nicht schaffen. Der fährt keinen Berg hoch, der Roller. Ja, probieren wir erstmal den kleinen Berg hier. Ich glaube, daran wird er schon scheitern. Boah, ne, das schafft er nicht. Na? Wir reizen das so richtig aus. Aber wohl, das schafft er. Jetzt bocken die mal kurz auf, den Hobel. Boah, sieht doch aus, als wenn der einfach viel zu viel Öl bekommt irgendwie. Also das ist ja nicht normal, dass der so qualmt. Hier geht mal Vollgas. Ja, Moin. Nach Temperaturanzeige was? Niet. Die macht gar nichts. Ja. Also der Auspuff, der Technik-Gas-Auspuff, der hat auf jeden Fall übelst miesen, schlechten Kack-Sound. Okay, aber ich denke mal, der Auspuff ist so gesehen ein Sport-Auspuff in Optik von einem Original-Auspuff. Denn, äh, soll der Sound ja auch ziemlich, ja, ziemlich unauffällig sein, ne? Dass der Roller jetzt nicht vernünftig läuft, äh, das kann an mehreren Sachen liegen. Ich vermute aber ganz stark einfach, dass der Roller längere Zeit einfach stand, ähm, und der Vergaser auch total verschmutzt ist. Und, ja, vielleicht mal eine neue Zündkerze rein muss. Ich würde definitiv sagen, dass, das liegt am Vergaser. Dass der so kacke läuft. Ja, hier, das ist, das ist kein Normalzustand. Wir fahren hier einen Bergrund, der ist total im Abkacken. Und ich bin der Meinung, der bekommt viel zu viel Öl. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, äh, ob der, also original hat der Roller hier eine Getrennschmierung, das heißt einen Benzintank und einen separaten Öltank. Kann aber auch sehr gut sein, dass sie den Öltank deaktiviert haben. Und, dass man bei den Rollern selber mischen muss, das weiß ich einfach nicht, ne, das ist es halt alles. Ha, oh, 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 jetzt wenn wir bergab fahren. Na, jetzt läuft er doch ganz anders. Mensch, Mensch, was ist denn jetzt passiert? Ja, Mensch. Jo. So sollte er eigentlich laufen, wenn er offen ist. Okay, also ist er definitiv offen. Ja, Bremsen sind noch sehr gut, obwohl die auch sehr ranzig aussehen. Dann kann es trotzdem gut sein, dass der Öler lange stand, der Vergaser alles vielleicht ein bisschen sich zugesetzt hat. Der muss auf jeden Fall gereinigt werden. Nun, das Nächste ist einfach, dass ich glaube, dass der Auspuff einfach null abgestimmt ist. Jetzt kommt er hier bei 40, kriegt er Power. Aber keine gleichmäßige Drehzahl. Ja, ne, also original müsste der Roller eigentlich laut Tacho mit einer Rallye-Motor, wenn er vernünftig abgestimmt ist, mit Sportauspuff laufen die laut Tacho ungefähr, ja, 95 bis 105 ungefähr. Aber, ja, ihr seht selber, läuft trotzdem wie die Sacknüsse. Wir schaffen jetzt zwar laut Tacho fast die 80 kmh, mehr schafft er nicht. Ich weiß halt auch nicht, wie die Variomatik von innen aussieht. Da müssen wir die Tage jetzt mal reingucken. Dann schrauben wir die Variomatik auf. Ich weiß auch nicht, ist eine andere Variomatik drin, eine andere Kupplung? Oder ist das alles so original? Ich weiß es einfach nicht. Der Zylinder ist das doch, der Originalzylinder, da ist ein anderer Zylinder drauf. Da müssen wir wirklich die Tage einfach mal reingucken. Aber ihr seht selber, der Roller ist extrem schlecht abgestimmt. Wir sind jetzt bei 0 kmh, ich gebe jetzt Vollgas. Achtung, so, erstens, er fährt kaum los. Jetzt zittert er langsam vor sich hin. Ja, ich schläft gleich ein. Und ab 40 kmh, da kommt er dann. Aber wir müssen einmal die 40 erreichen, ne? Nun komm, du kleine Schnecke. Janna, komm, jetzt kommt er. Jetzt bekommt er auch Drehzahl. Ihr hört das bestimmt auch. Er bekommt zwar eine höhere Drehzahl, aber die Drehzahl an sich ist trotzdem so low einfach. Er hat komplett falsch abgestimmt. Wir können mal Trick 21 probieren, so wie wir es früher immer gemacht haben. Wenn der Lenker schief war. Und zwar an der Bordsteinkante fahren. Da vorne ist eine schön hohe Bordsteinkante. So. Vorderreifen gegen. Und dann mal drücken. So, mal sehen, ob es was gebracht hat. Fehlerung ist, äh, da fährt die Roller so alt, ist echt gut noch. Die suppt auch noch so, die Gabel vorne. Ja, Mensch. Ich würde doch sagen, das passt doch jetzt. Jetzt ist es gerade. Ja, so leicht lassen sich Fehler beheben. Ja, jetzt definitiv gerade. Können vielleicht noch so einen kleinen, kleinen Touch kann es glaube ich noch rüber. Aber es ist ziemlich gerade jetzt. So, Temperaturanzeige funktioniert nicht. Hat sich keinen Millimeter bewegt. Hat sich keinen Millimeter bewegt. Ja, ich wäre dafür. Ich hole mal das Werkzeug raus und dann gehen wir mal direkt in der Variomatik reingucken. Jetzt die Frage an euch. Ihr könnt in den Kommentaren unten abstimmen. Schreibt eure Meinung. Was soll ich machen? Soll ich eine Rolle erst so ein bisschen zum Laufen kriegen und damit erst so ein bisschen rumfahren? Oder sagt ihr, komm, reißt das Ding auseinander. Wir wollen Schrauber-Vlog sehen. Und wir wollen schöne Teile, 70 Kubik und Leistung sehen. Dann schreibt es unten in die Kommentare. Dann wollen wir mal googeln. Gucken, ob keiner guckt. Oh mein schöner Werkzeugkästen ist. Was ist da reingekommen? Jetzt sieht der natürlich ranzig aus. So, zack, zack, zack. Es sieht auch irgendwie aus. Also irgendwas müssen die an diesem Roller gemacht haben. Weil das Federbein hinten ist definitiv neu. Der Vario-Deckel, der wurde auch neu lackiert. Die Schrauben an der Vario sind auch alle Nagel neu. Und der Deckel hier hinten vom Getriebe, also die Öleinlassschraube, die sieht auch irgendwie neu aus. Also irgendwas müssen die da auf jeden Fall gemacht haben. Was ist hier mit meiner Knarre los? Oh, gar nicht gut. Gut, ja irgendwie ist da, oh, ja nicht schön. Da ist irgendwie Wasser reingekommen in meinem knarren Kasten, wo wir in Norwegen waren. Das Faszinierende finde ich einfach, dass hier bei dem Roller wirklich noch alle Schrauben in der Vario-Matik, also im Vario-Matik-Deckel drin sind. Und dass anscheinend alle Gewinde noch in Ordnung sind. Eigentlich ist ja das immer bei den Rollern, was als erstes verhunzt wird. Weil die Leute oder die Kids das tausendmal aufschrauben, zuschrauben, die Schrauben wieder schräg reindrehen und dann erstmal alle Gewinde kaputt wirken. Und am Ende, ja, hat man noch zwei, drei Gewinde am Vario-Matik-Deckel, die noch in Ordnung sind. Und der Rest ist einfach nur noch Käse. Ja, die Reifen haben es auch hinter sich, sehe ich gerade. Schöne Pirelli-Reifen. Aber die sind hier überall schon porös, überall schon rissig. Tja, genau an diesem Motor habe ich meine ersten Schraubererfahrungen gemacht, was das Thema Zweirad betrifft. Da hatte ich damals auch noch gar keine Ahnung und habe einfach, ja, rumexperimentiert und rumprobiert. Also ich war früher wahrscheinlich genauso ein Fuscher wie jeder andere. Was mir direkt auffällt, wir haben hier auf jeden Fall schon mal, nennt man einen Keilriemen drauf. Und zwar von Malossi ein. Und ich würde mal sagen, der ist noch gar nicht so alt, der Keilriemen. Weil das noch recht sauber hier oben ist. Die Vario-Matik sieht auf jeden Fall ein bisschen ranzig aus. Sie ist auf jeden Fall schon älter. Kupplungsglocke ist auch älter. Also Vario-Matik würde ich behaupten, das ist eigentlich fast alles original, bis auf den Keilriemen. Kann gut sein, dass der alte Keilriemen verschlissen war, weil der Rollerleiter schließe ich auch 26.000 runter, dass sie vor kurzem den Keilriemen erneuert haben. Weil, wie gesagt, der sieht ziemlich neu aus. Sieht man auch ganz gut, dass die Beschriftung noch sehr gut lesbar ist. Und was denn jetzt? Die ist sehr gut lesbar und, ja, dass kaum Staub drauf, also Abrieb. Die werden die bestimmt getauscht haben. Und daraufhin haben sie bestimmt ein neues Federbein reingemacht, den Deckel lackiert, was natürlich auch sehr schlecht ausgeführt wurde. Nichts abgeschliffen, einfach rüber lackiert. Und haben ein paar neue Schrauben reingemacht. Ich würde sagen, das Gröbste haben wir jetzt gesehen. Ich werde mich heute Abend mal an den Computer setzen und mal bei Scooter Tech reingucken wegen Teile. Und dann, ja, werde ich mal ein Konzept zusammenstellen. Und das werde ich demnächst bestellen. Und, ja, je nachdem, wie ihr entscheidet, werden wir den Roller entweder demnächst anfangen, auseinanderzubauen. Oder wir werden damit erst noch ein bisschen rumfahren. Also schreibt es unten in die Kommentare. Ihr könnt ja trotzdem mal reinschreiben, was ich für einen Zylinder drauf bauen soll. Oder allgemein, was für ein Setup könnt ihr auch gerne reinschreiben. Ja, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar für den Support da. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal, bis sie denn. Ciao, ciao und tschüss.